Heyo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video baue ich einen kleinen Wand PC, grundsätzlich eigentlich nur als Ersatz für einen Core 2 Duo Laptop. Längere Zuschauer von mir wissen worum es bei dem Ding geht. Wer es noch nicht weiß, entweder hier oben eben schauen, ob es da so ein Popup gibt und wenn ich das wieder vergessen habe, entweder gar nicht erst angucken, um mich zu bestrafen oder nach diesem Video auf meinem Kanal eben nach dem vorvorletzten Video suchen. Ja ok, anfangen. Meine Design Vorschläge sind mittlerweile so, also ich habe mir hier gerade so ein Stück Fichtenholz besorgt, steht drauf man kann es unsprayen, also werde ich es mal weiß ansprayen, wenn es dann fertig ist bzw. wenn die Löcher im Boden fertig sind und so weiter. Ich habe nur so gedacht, ok, wir nehmen uns ein Stück Holz, packen hier Mainboard, Netzteil und SSD dran. Ich finde es gerade ein wenig schwierig, ich muss mir noch eine Idee ausdenken, wie ich das Netzteil hier befestigen kann. Für die SSD habe ich schon eine Lösung, das sind ganz einfache Festplattenschlitten aus defekten Laptops. Wenn ich hier drauf packen, da zwei Schrauben rein und hier kommt vielleicht auch noch eine hin, dann schreibe ich die SSD einfach da rein und fertig, dann ist sie drin. Ich habe mir extra einen Low Profile Kühler besorgt, den, wie heißt der, Arctic Alpine 12 LP. Der hat 8 oder 7,99 Euro gekostet und naja, wenn man das mal vergleicht mit einem relativ normalen Kühler, der ist ein bisschen hoch, aber selbst der normale Intel Kühler ist nochmal ein Stück höher. Ich habe mir zumindest gedacht, für das Mainboard, also das wird so groß werden hier, das Teil, das sind 40 x 32 cm. Ich habe schon Markierungen gemacht. Dort werde ich dann diese, wie heißen die Dinger, ich werde es jetzt einblenden. Auf jeden Fall ist das ein Holzgewinde, was man so einschrauben kann und hier ist dann ein M3 Gewinde und dort kann ich dann übliche Mainboard Abstandshalter reindrehen und somit das Mainboard sicher befestigen. Man kann jetzt auch, wenn man das ganz doof macht, das habe ich nämlich mal gemacht, kannst du mal Holzschrauben nehmen und die einfach da durchdrehen, aber ist jetzt nicht so toll, sage ich jetzt mal. Jedenfalls kommt hier dann eine Plexiglasscheibe drüber, so dass man da nicht gegenspucken kann oder sonst was. Dazu nehme ich diese Abstandshalter, aber ich habe bereits jetzt ein Problem mit diesen Dingern. Die sind 5 cm hoch und ich bräuchte eigentlich so 6 cm. 5 cm sind ziemlich knapp, da kommt man wahrscheinlich gerade hier mit dem Kühler dran oben und da hat man nicht so einen guten Luftfluss. Zudem werde ich dort und dort oder auch anders, ich weiß es noch nicht genau, LED-Leisten verteilen, einfach nur damit das beleuchtet ist, irgendwie. Dazu habe ich mir schon LED-Lichtleisten besorgen lassen. Hier sind die Dinger, die gibt es beim Action zu kaufen. Ich habe ja mal diese Dinger empfohlen, die kosten glaube ich zwischen 1 und 3 Euro. Die konnten dann aber nur eine Farbe anzeigen und die Dinger hier haben so einen kleinen Controller da drauf, so dass man die Farbe wechseln kann, wenn man möchte. Und das Ganze kann bei USB angeschlossen werden, das bedeutet jetzt nicht, dass ich im Gehäuse überall USB-Anschlüsse verteile. Ich denke mal, ich werde das Kabel hier kappen und dann irgendwo eine Leitung vorbeiführen, weil dieses Mainboard tatsächlich nur 6 Anschlüsse hat für USB. Ja, das könnte sogar auch klappen. Ja, und ich habe mir dann gedacht, ja, man muss das Ding ja irgendwie Fernbedienen, kann man zwar mit Maus und Tastatur machen, wenn man die da vorlegt, aber ich habe mir auch eine kleine USB-Fernbedienung bestellt, also eine Kombination aus Mauspad und Mini-Tastatur, so dass man das Ding quasi bedienen kann und wenn dann jemand Musikwunsch hat oder irgendein Video gucken möchte, dann eben in der Hand nehmen, zack, 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 dahin tippen und ja. Als nächsten Schritt Löcher machen, diese, irgendwas mit Muffen war das, glaube ich, diese Dinger auf jeden Fall da rein. Mainboard befestigen, dann mal eben mein Gehirn anstrengen, wie ich ein Netzteil auf Holz befestige, vielleicht kann ich auch googeln und irgendjemand hat das schon mal versucht. Ich werde wohl was finden. Die zuvor hier aufgemalten Striche werde ich jetzt einmal kurz abgehen, hier einmal durch, weil wenn ich da irgendwie abrutsche oder sowas, ich habe die Eigenschaft, egal womit ich säge, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Kreissägen gearbeitet, aber das hier ist eine, dass ich das irgendwie mal schief mache, kann auch daran sein, das kann auch daran liegen, dass die Stichsägen, die wir haben, vielleicht einfach nur ein bisschen alt sind oder verbogene Sägeblätter haben, aber ich habe hier gerade gesehen, da ist ein Laser dabei und ja, ich hoffe, damit kriege ich das ein wenig besser hin. Und ja, dann sähe ich das jetzt erst ab, so dass wir die Fläche dort haben, die wird dann weiß angestrichen, da muss ich gleich noch Farbe besorgen und über Nacht wird das dann trocknen und dann werde ich mich später nochmal damit befassen. Ja, und das Ding verweilt hier nun, sieht weiß genug aus, ja, ich gucke da morgen nochmal nach, wenn das letztendlich aufgetrocknet ist, was haben wir denn hier, wie lange muss denn das, griff fest nach 24 Stunden, Aha, ja, passt ja, ich muss morgen wieder lange arbeiten, super. Ich glaube, das Ding ist jetzt mittlerweile weiß genug und ich freue mich schon auf den Moment, das Mainboard hier drauf zu befestigen, einfach nur, weil ich diese Rampa-Muffen, so heißen die nämlich, vorher noch gar nicht so wirklich benutzt habe. Ich hoffe, das funktioniert und das hält, dann kann ich mir das nämlich auch für später merken, falls ich mal einen normalen Wand-PC baue, auch mit Grafikkarte und sowas. Ich habe mir das hier gekauft, das wird, glaube ich, 15 Euro oder sowas gekostet bei Ebay. Das ist, ja, Maus und Tastatur. Ist ganz gut, habe ich gerade schon eben verwendet, halt die Tastatur ist hier vernünftig, das ist quasi wie beim Laptop, man kann auch so machen, um zu scrollen. Ich weiß nicht, ob zoomen funktioniert, aber wenn man runter oder hoch scrollt, ist es ein bisschen zu empfindlich, das kann man leider nicht einstellen, aber das Ding funktioniert sehr gut. Und ich habe sogar festgestellt, also da kommen normalerweise Batterien rein, man kann hier aber auch einen Akku reinpacken. Und irgendwo muss ich hier noch einen haben, der, glaube ich, da reinpassen könnte. Ja, ich befestige das mal eben da dran, genauso wie, ah, da hätte ich auch noch Löcher machen können. Na egal, dann nehme ich einfach hier so zwei billige Schrauben. Ich habe irgendwo hier, da drin, gesammelte Werke, an selbst rein drehen, dann schrauben. Das sollte wohl klappen. Und ich muss es drehen und zuvor die SSD hier drin befestigen. Ja, das mache ich dann mal. Ja, und nun habe ich die Kamera mal hier auf dem Stativ, weil ich tatsächlich mal versuchen will, mit diesem Ding die Windows-Installation zu machen. Also, einschalten und jedes Mal, wenn man etwas drückt, blinkt es da einmal. Ach, der blinkt, weil er nichts findet. Ja, okay. Und das funktioniert auch. Das ist doch schön. So, F8, Bootmenü, UEFI, Toshiba, ist immer gut. Ja, ist doch geil. Mir ist vorhin eine Sache aufgefallen. Diese Abstandshalter sind, ja, also die haben wahrscheinlich auch ein M3-Gewinde, aber die haben einen anderen Abstand beim Gewinde an sich. Ich hatte die letzten paar Tage bei einem Gehäuse welche in der Hand, habe danach geguckt und ja, okay, M3 passt wohl. Der PC ist verkauft und aus diesem Grund habe ich auch diese Abstandshalter nicht mehr und die passen auch nur in das Gehäuse. Also, naja, war ein bisschen doof. Jetzt habe ich sie so, das Mainboard so drauf geschraubt, ohne die Abstandshalter und eine Schraube konnte ich nicht reindrehen, weil ich da zu fernab vom Schuss war. Aber hier, Installation läuft. Okay. Ich sage Bescheid, wenn die Installation fertig ist. Und in der Zeit überlege ich mir was für das Netzteil. Ja, und nun ist das Ding so quasi fertig. Ich habe die Kabel gerade noch ein wenig sortiert und das Netzteil mit Kabelbändern befestigt. Einfach dort, 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 dort. Löcher gemacht in den Boden, einmal durch. Das hält auf jeden Fall erstmal. Und ich finde, das sieht ganz schnieke aus, kann man so sagen. Jetzt habe ich noch vor, LED-Lichtleisten ranzupacken. Hier unten nämlich, eine da, eine da. Oder vielleicht packe ich die auch hier hin, die kann man ja auch kürzen oder dann leuchtet das halt unten durch die Kabel durch. Selbstverständlich habe ich mir auch Gedanken über den Airflow gemacht, weil die Plexiglasscheibe ja höchstens mit zwei bis drei Zentimetern Luft, im wahrsten Sinne des Wortes, über dem CPU-Kühler sitzt. Habe dazu einfach bei der Windows-Installation ein Stück Pappe auf den Lüfter gelegt, sodass der Lüfter sich nur Luft von der Seite ziehen kann. Und das war soweit in Ordnung. Und wenn es dann doch mal welche gibt, dann packe ich einfach ein paar Löcher in die Plexiglasscheibe an der Stelle, wo der Lüfter gerade sitzt. Und, ne, dann sollte das laufen. Aber ich denke mal nicht, dass das nötig sein wird. Wo ich aber dennoch einen Lüfter installieren möchte, ist auf dem Chipsatz. Ne, weil der wird ziemlich heiß. Ich habe auch mal ein Video gemacht, so von wegen, oh, Philipp hat keinen Bock mehr und kauft sich ein i7, also einen neuen i7-8700K und so, bla bla. Kennt man ja vielleicht noch als etwas längerer Zuschauer. Und da habe ich das auf einem Gigabyte-Mainboard mal gemacht. Und das war danach kaputt. Deswegen bin ich hier jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ich muss mal aber erst noch einen neuen klitzekleinen Lüfter bestellen, der da drauf passt, weil der, den ich noch hatte, aus was für Gründen auch immer, leider kaputt ist. Und, ja, da tut sich nichts mehr. Okay, ich glaube, es wäre dann mal vollbracht. Ja, die Beleuchtung werde ich noch einstellen auf, ne, normalen Farbwechsel. Und das hier kann man dann auch endlich mal abziehen. Ich wusste, dass das fast passiert. Moment. Also, was wollte ich sagen? Funktionieren tut's immer noch. Wäre da jetzt eine normale Festplatte drin und das Ding wäre runtergeknallt, dann wäre die Festplatte erst mal kaputt und kann nämlich alles ab. So, das hier unten. Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, hier unten, weil ich noch Plexiglas übrig hatte, ein Plexiglasstück hinzupacken. Und hier sehen wir gerade den hässlichen Riss, den ich hier reingepackt habe auf der Rückseite. Deswegen ist auf der Seite hier noch so ein Stück Klebefolie, Schutzfolie. So was passiert. Leider. Ja. Hier habe ich den einen Ausschalter genommen, den ich in irgendeinem Video schon mal benutzt habe, wo ich gesagt habe, ja, den behalte ich immer mal wieder. Ich glaube, das war ganz gut gelöst. Ich wollte hier unten erst ein Stück Holz nehmen, aber wenn ich die Lichtleiste so mache, dass sie mich jetzt anleuchtet, bin ich geblendet und sehe innen drin nichts. Und wenn man das hier von oben macht, dann sieht man von oben das da. Und das sieht auch irgendwie doof aus. Aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen hier. Boah, das ist auch ein Kratzer drauf. Das war ich aber nicht. Ich glaube, ich nehme das mit, tausche das wieder um im Baumarkt. Die Wandbefestigung. Hm. Ja, da habe ich mir jetzt was ausgedacht. Weil das Stück Holz ja immer noch übrig ist und hier schon drei Löcher drin sind, werde ich die einfach verwenden. Da kommt dann eine Schraube durch und das kommt dann so in die Wand. Ich hoffe, ich finde noch passende Dübel. Nein, ich habe keine vernünftigen Dübel mehr. Ich muss noch in den Baumarkt fahren und so ein Zehnerpack Fütterdübel holen für fünf Euro oder sowas, weil die einfach am besten halten. Ich meine, normale Dübel halten eigentlich auch nur, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich da ein paar Sachen aufgehangen habe, dass das mit Fischerdübeln deutlich besser funktioniert, weil da in dem Raum, in Omas Kneipe, ist erst so Holzschicht. Hinter dem Holz ist dann nochmal ein Zentimeter dick Styropor und dann kommt erst die Wand an sich. Da komme ich mit einem etwas dickeren Fischerdübel besser durch. Ich habe dann da noch zwei Löcher reingepackt, die sehen jetzt gerade noch doof aus, aber später sieht man die nicht mehr. Da hänge ich das Ding nämlich einfach dahinter, nehme die Mutter dann ab und packe die Mutter wieder vorne drauf, sodass es dem nicht runterfallen kann. Ich werde später anbringen, jetzt werde ich erstmal sofort schlafen gehen, aber damit ist das Ding erstmal vollendet. Ich sehe gerade, das guckt ein bisschen doof runter, aber vielleicht werde ich das später noch mit der Verkabelung so machen, dass ich hinten die beiden USB-Ports nicht bedeckt habe, aber ich schließe da höchstens mal eine SSD an oder sowas, die mir ja zugeschickt wurde und die kann dann auch in den USB-3-Port rein, also ist das auch nicht ganz so tragisch. Tja, und so sieht es dann schlussendlich aus, wenn es an der Wand ist. Schön gerade, hoffe ich mal, mit verschiedenen Leuchtschemata. Hier ist jetzt eine SSD drüber, die kennt man ja noch. Da ist, glaube ich, ein Film drauf oder eine Serie, ich weiß gar nicht, was das ist. Und das funktioniert ganz gut. Und vor allem das Ding hier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das kann man sehr gut benutzen, funktioniert überall hier im Raum, nicht so wie irgendwelche anderen kabellosen Mäuse, die schon nach zwei Metern nicht mehr funktionieren. Das ist echt super. Also kann ich nur jedem empfehlen. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein kleines WLAN-Dongle und das am besten auch bei Ebay besorgen. Da kosten die um die 5 Euro. Wenn man jetzt zu Elektronikfachmärkten fährt, bezahlt man das 3- bis 4-fache. Da hat man dann auch eine kleine Antenne drin, aber WLAN befindet sich da unten über DLAN und dann geht das in den Repeater rein, weil der Repeater leider mit der Fritzbox, äh, mit der Unity Media Box nicht so gut harmoniert. Boah, das ist echt gut. Das war eine sehr gute Idee von mir, finde ich auch. Ja, da sagt er nichts mehr. Also ich finde, das ist absolut gut gelungen. Wer sich jetzt fragt, warum das alles, dem erkläre ich das gerne. Also ich habe ja vor ein paar Videos ein Video gemacht mit dem Titel Zu Ehren Discord 2 Duo Laptops in Omas Kneipe. Omas Kneipe ist so ein kleiner Party-Schuppen da hinten. Da kann man ein paar Bierchen trinken, alleine oder auch mit mehreren Leuten. Und da stand eben ein Laptop zum Videos gucken, Filme gucken, YouTube-Kacke, Musik oder sonst irgendwas. Und irgendwann wurde der mir zu langsam. Ich habe da wieder nur Szenen draufgepackt und ja, das lief eigentlich erstaunlich gut, auch ohne SSD. Und dann habe ich die Netflix-App installiert über den Windows 10 Store und dann lief gar nichts mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, machst du eine neue Installation auf einer SSD, damit es schneller ist und das hat nichts geholfen. Das lief dann sogar noch schlechter. Die Installation wurde nicht immer fertig. Es gab Treiberprobleme. Es war ein Teufelskreis. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich baue mir was Eigenes. Und ja, so ist die Idee des Wand-PCs entstanden. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr sowas machen wollt. Das ist eigentlich total einfach. Man holt sich ein Brett aus dem Baumarkt, packt da dann Leder drauf oder malt es an oder macht da Stoff drauf, holt sich besagte Rampamuffen. Abstandshalter, die ich jetzt tatsächlich gebraucht hätte, die sowohl männlich als auch weiblich so ein M3-Gewinde tatsächlich haben. Da kosten 10 Stück 2,99 Euro, habe ich gerade eben mal nachgeschaut. Das ist total einfach, zumindest fürs Mainboard. Netzteil, packst du eben vier Löcher drum, befestigst das Netzteil mit Kabelbindern oder man baut das Netzteil auseinander und macht in das Netzteil unten Löcher rein oder Schrauben rein, sodass man das dann auf dem Brett befestigen kann. Aber das würde ich nicht jedem empfehlen, weil so Netzteil, da sind Kondensatoren drin und wenn man da dann dran packt und wenn die noch aufgeladen sind, dann könnte es sein, dass man eine gewischt kriegt. Und ob man dann später noch eine Plexiglasscheibe drauf packt oder nicht, ist ja jedem selber überlassen. Ich habe für die Plexiglasscheibe, glaube ich, 7 oder 8 Euro bezahlt und das nächstgrößere war, glaube ich, bei 15 Euro. Also ich glaube, das ist ein bisschen teurer, finde ich, wenn man das etwas größer haben will und wenn man dann seine normalen PC-Komponenten nimmt. Aber das Coole wäre dann, da könnte man so die Grafikkarte nehmen, einfach an die Wand kloppen und dann über ein PCI Express Riser Kabel direkt auf dem Brett befestigen. Ich glaube, das wäre ganz cool aus. Dann noch vielleicht eine LED-Dichtleiste oben dran oder vielleicht von hinten, da gibt es dann endlose Möglichkeiten. Aber ich habe es jetzt eben so gemacht mit der Plexiglasscheibe und mit diesem dünnen Formfaktor, weil ich halt gerade so ein kleines Netzteil da hatte und ich wollte auch nicht, dass das so raussticht. Und die Plexiglasscheibe ist da auch nur dran, weil das Ding eben in der Kneipe ist und weil es da sein kann, dass Gäste eventuell mit Bier rumspucken oder eben den Jörg machen. Ist das, glaube ich, nicht ganz so toll für das Mainboard. Da freut es sich nicht. Deswegen ist die Plexiglasscheibe, glaube ich, wohl berechtigt. Aber ja, ich habe wohl sehr viel Spaß gehabt. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ich habe da so um die 80 Euro, hätte ich, glaube ich, dafür bezahlt. Ich habe mir noch die SSD dazu besorgt. Das ist eine ganz normale Kingston 120 Gigabyte SSD. Die hat mich 19 Euro gekostet. Den Low-Profile-Kühler. Das ist, glaube ich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man einen Low-Profile-Kühler haben möchte. Es gibt mit Sicherheit auch bessere kleine Kühler. Also keine riesigen, sondern halt normale kleine, die jetzt nicht Low-Profile sind. Aber für die 8 Euro ist das ganz gut. Es gibt ja auch von Zahlmann irgendwelche, die sind dann noch ein bisschen dünner, aber wenn es dann in Mini-ITX-Gaming-PCs um jedes Grad wieder geht, dann ist es manchen Leuten tatsächlich schon wert, 40 Euro nur für den Lüfter an sich auszugeben, äh, nur für den Kühler. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich habe da ja ein i3 der dritten Generation verwendet mit einem 1155-Mainboard mit H61-Chipsatz. Das kann ich einfach nur empfehlen, wenn es um Office-Zeugs geht und auch Multimedia. Ich glaube, für 4K wäre das Ganze wieder ein bisschen zu schlecht, aber da ist ja auch kein 4K-Fernseher in Omas Kneipe. Und auch sonst kann ich das immer nur so empfehlen. Ich habe auch die Tage eine Fujitsu Siemens-Mainboard gefunden mit i3-3220. Ja, auch mit 4 GB RAM zusammen für 35 Euro VB. Vielleicht kriegt man das ja für 35 Euro sogar mit Versand. Oder sogar für 30. Muss man mal nachfragen. Aber ich glaube, das könnte sich dann wohl lohnen. Ich meine, man kann auch ein normales Mini-ITX-Gehäuse nehmen, holt sich da so ein komisches Mainboard mit einem Intel Atom 4x 1,3 Gigahertz aufgelötet und dann brauchst du da noch Laptop-Ram für, verbraucht nur 19 Watt TDP, aber kann dann keine Videos vernünftig abspielen. Erlebnisfrei erfunden. Ja, also ich stehe da nicht so drauf. Ich finde das auch komisch, dass auf Laptops immer neuerdings die CPUs alle aufgelötet sind. Früher konnte man die in den meisten Fällen noch wechseln. Kann ja sein, dass ich irgendwann sage, okay, ich packe da ein i5 drauf und eine GTX 1050 als Low-Profile-Design. Da muss ich halt ein kleines Loch da in die Plexiglasscheibe reinschrauben, aber dann könnte man da ein bisschen was spielen. Wäre eine Idee. Oder man nimmt sich ein Xbox One-Gehäuse und packt da ein PC rein. Oder, also Xbox One, damit meine ich die alte Xbox, die allererste. Oder eine Xbox 360. Habe ich alles schon mal gemacht. Hat auch funktioniert. Sah noch nicht so schön aus, weil da irgendwie immer ein bisschen zu wenig Platz drin war. Nun gut, wenn noch Fragen sind oder Anmerkungen zu diesem Video oder Ideen für das nächste Video, dann lasst es mich wissen. Wenn ich euch tatsächlich inspiriert haben sollte, so etwas nachzubauen, dann schickt mir doch mal ein paar Bilder über Instagram. Steht unten in der Beschreibung. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, wo ich dann Bilder von euch zeige. Ja genau, macht doch mal Bilder von euren PCs und schickt mir das dann einfach mal. Das haben so zwei, drei Leute mal gemacht. Und ich fand das dann irgendwie auch langweilig, weil das jeder macht. Aber es würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie es bei euch zu Hause so aussieht. Und mir ist echt aufgefallen, vor allem in den Zeitraffern. Da sieht man ja eine ganze Menge hier, wie unaufgeräumt das hier teilweise ist. Weil ich... Also ich will nicht sagen, dass ich unordentlich bin. Aber ich habe tausend Ideen auf einmal und dann fange ich das an und irgendwas fehlt. Ja okay, dann mache ich erst das andere. Ich hoffe, das bessert sich mit der Zeit. Vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen mehr Platz. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.